Hallo meine Liebe, hallo mein Lieber, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Mein Name ist Imperfekt ASMR und heute, passend zu Halloween, habe ich etwas schaurig Schönes für dich vorbereitet. Ich sitze hier bei Kerzenschein und lese dir nun eine kleine Gruselgeschichte vor. Ein bisschen Gruseln ist erlaubt, aber meine entspannende Stimme, mein Flüstern soll dich natürlich auch entspannen und müde machen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben und einem Abo für meinen Kanal. Jetzt wollen wir aber loslegen. Es war ein regnerischer Herbstabend, als Klara das alte Haus ihrer Großtante Helene erbte. Helene war bekannt für ihre Sammlungen, Antiquitäten, Bücher und vor allem Puppen. Überall in dem düsteren, verstaubelnden Haus standen Puppen in allen Größen und Formen. Ihre glasigen Augen standen leblos in den Raum. Klara hatte Puppen nie gemocht, aber sie beschloss, die Nacht im Haus zu verbringen, um es am nächsten Tag auszuräumen. Als sie durch die Räume ging, blieb ihr Blick an einer besonders großen Puppe hängen, die sie auf einem Sessel im Wohnzimmer saß. Die Puppe war seltsam anders als die anderen. Sie hatte ein weißes, porzellaren Gesicht, lange, zerzauste Locken und trug ein altmodisches, spitzenbesetztes Kleid. Doch das Unheimlichste waren ihre Augen. Sie wirkten lebendiger, fast als würden sie Klara verfolgen. Großartig murmelte Klara und versuchte, die unheimliche Stimmung abzuschütteln. Sie zog die Vorhänge zu, machte sich eine Tasse Tee und versuchte, sich mit einem Buch zu entspannen. Doch sie konnte sich nicht konzentrieren. Irgendetwas an diesem Haus ließ sie sich unwohl fühlen. Und die Puppe, sie konnte nicht aufhören, an sie zu denken. Jedes Mal, wenn Klara aufsah, hatte sie das Gefühl, die Puppe habe ihre Position leicht verändert. Sie schüttelte den Kopf. Ich bilde mir das nur ein, sagte sie sich laut, um das Schweigen zu durchbrechen. Die Stunden vergingen und bald wurde es spät. Klara beschloss, ins Bett zu gehen, doch das bedrückende Gefühl blieb. Mitten in der Nacht wachte sie plötzlich auf. Das Haus war totenstill, bis auf ein leises Klopfen. Es kam aus dem Wohnzimmer. Schlaftrung und mit klopfendem Herzen stand Klara auf, öffnete die Tür und lauschte. Das Klopfen wurde lauter, rhythmisch, als würde etwas gegen Holz schlagen. Zögernd ging sie in die Treppe hinunter. Im Wohnzimmer war alles dunkel. Doch sie konnte im schwachen Mondlicht die Silhouette der Puppe erkennen. Sie saß auf ihrem Sessel, oder? Klara erstarrte. Die Puppe war nicht mehr da, wo sie sie zuletzt gesehen hatte. Sie stand jetzt direkt vor dem Kamin. Klara trat langsam näher. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Plötzlich hörte sie das Knarren von Holz. Als sie genau hin sah, bemerkte sie, dass die Arme der Puppe sich bewegten. Ganz langsam. Als würde sie nach etwas greifen. Klara wich einen Schritt zurück. Doch ihre Füße fühlten sich schwer an, so als ob das Haus sie festhalten wollte. Und dann, ohne Vorwarnung, drehte die Puppe ihren Kopf. Ihre Augen funkelten im schwachen Licht. Und ein unnatürliches, grausames Lächeln breitete sich auf ihrem Porzellangesicht aus. Du gehörst mir, flüsterte eine Stimme, die direkt aus der Puppe zu kommen schien. Klara spürte Panik und sich aufsteigen. Sie rannte zur Tür, doch diese ließ sich nicht öffnen. Hinter sich hörte sie ein leises Kratzen, als die Puppe langsam, aber unaufhaltsam näher kam. Du kannst nicht hinkommen, flüsterte die Stimme erneut. Und plötzlich war Klara von einer eisigen Gelte umhüllt. Die Puppe stand direkt hinter ihr. Kleine, kalte Hände legten sich um Klaras Handgelenk. Sie spürte, wie die Finger sie packten und sie nach unten zogen. Mit einem Schrei riss Klara sich los und rannte die Treppe hinauf in ihr Zimmer, wo sie sich einschloss. Ihr Atem ging stoßweise und ihr Herz rasete. Sie drückte ihren Rücken gegen die Tür, als ob sie so die Gefahr draußen halten könnte. Doch es war zu spät. Als sie sich umdrehte, sah sie sie. Die Puppe stand mitten im Raum. Und diesmal war ihr Lächeln breiter als zuvor. Du gehörst mir für immer. Das war die erste Geschichte über die verfluchte, vielleicht besessene Puppe. Wie hat es dir gefallen? Jetzt lese ich aber auch noch eine zweite Geschichte. Und diese Geschichte geht so. Es war tief in der Nacht, als Mark und seine Frau Lisa in ihr neues Zuhause zogen. Ein altes, schönes Landhaus, das sie zu einem unschlagbaren Preis erworben hatten. Das Haus hatte Geschichte. Das konnte man an den knarrenden Holzstil und den verblichenen Tapeten erkennen. Doch was die Vorbesitzer verschwiegen hatten, waren Gerüchte über seltsame Vorfälle, die sich dort ereignet haben sollen. Anfangs war alles ruhig. Die beiden richteten sich ein, hängten Bilder auf, stellten Möbel auf und begannen, das Haus zu ihrem eigenen zu machen. Doch in der ersten Nacht, als alles ganz still war, hörten sie ein dumpfes Klopfen, das irgendwo tief aus dem Haus kam. Mark stand auf, nahm eine Taschenlampe und ging den Geräuschen nach. Wahrscheinlich nur die alten Ruhe, sagte er, obwohl ihm ein leichter Schauer über den Rücken lief. Doch als er in die Küche kam, hörte er, wie etwas Schweres auf den Boden fiel. Er schaltete das Licht an und sah nichts. Alles war an seinem Platz. Kein Stuhl war umgefallen, keine Schublade offen. Er rutzelte die Stirn und ging zurück ins Bett. In den folgenden Nächten wurde es jedoch schlimmer. Die Geräusche hörten nicht auf. Poltern, Klopfen, das Rasseln von Ketten, als ob jemand im Haus herumlief. Lisa bemerkte, dass Dinge ihren Platz wechselten. Einmal fand sie die Teekanne auf dem Esstisch, obwohl sie sich sicher war, sie im Schrank verstaut zu haben. Ein anderes Mal lagen Löffel verstreut auf dem Küchenboden. Wir sollten uns keine Sorgen machen, versuchte Marc, sie zu beruhigen. Vielleicht haben wir es einfach vergessen. Doch in der dritten Woche passierte etwas, das sie nicht länger ignorieren konnten. Es war spät am Abend und sie saßen gemütlich im Wohnzimmer, als plötzlich die Tür zu knallen begann, ganz von selbst. Ein kalter Windzug wehte durch den Raum, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Lisa sprang auf, ihr Gesicht war ganz blass. Marc, das ist nicht normal, da stimmt etwas nicht mit diesem Haus. Marc versuchte ruhig zu bleiben, aber auch ihm war mulmig. Wir sollten einen Elektriker oder jemand für die Heizung holen. Es gibt sicher eine logische Erklärung. Doch diese Logik hielt nicht lange Stand. In der folgenden Nacht wachte Lisa plötzlich auf. Ihr Herz raste und sie hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Neben ihr lag Marc, tief schlafend. Sie setzte sich auf und lauschte. Da war es wieder. Dieses dumpfe Poltern. Dieses Mal direkt vor der Schlafzimmertür. Sie griff nach Marc und weckte ihn auf. Da ist etwas im Haus, flüsterte sie. Und ihre Stimme zitterte. Marc setzte sich verschlafen auf. Es ist nur der Wind. Doch bevor er den Satz beenden konnte, flog die Schlafzimmertür mit einem lauten Knall auf. Eine unsichtbare Kraft schleuderte sie gegen die Wand. Beide sprangen auf. Das Adrenalin schoss durch ihre Adern. Was zur Hölle war das, rief Marc und rannte zur Tür. Doch niemand war da. Plötzlich spürten sie es. Eine erdrückende, kalte Präsenz, die sich durch den Raum schob. Die Luft war schwer. So als würde das Haus den Atem anhalten und dann stimmen. Leise, kaum hörbar, wie ein Flüstern, das durch die Wände sickerte. Sie war nicht allein. Die Möbel begannen zu vibrieren. Zuerst leicht, dann immer heftiger. Ein Stuhl rutschte von allein über den Boden. Ein Bild fiel krachend von der Wand. Lisa konnte sich nicht mehr bewegen, ihre Füße wie festgeklebt und ihr Blick war stark auf die Kommode am Ende des Zimmers gerichtet. Langsam, unheimlich langsam, hob sich die Kommode vom Boden. Für einen Moment hing sie in der Luft. Dann krachte sie mit einem ohrenbetrümenden Lärm zu Boden. Mark und Lisa schnappten sich ihre Sachen und rannten aus dem Haus. Sie blieben die ganze Nacht in ihrem Auto sitzen, nicht in der Lage, auch nur einen Schritt zurück zu wagen. Am nächsten Morgen beschlossen sie, einen Experten zu rufen, einen Geisterjäger, der sich mit Poltergeistern auskannte. Als dieser dann schließlich kam, erkundete er das Haus. Er ging durch die Räume und spürte die Kälte, die in der Luft lag. »Ihr habt ein Poltergeist«, sagte er trocken. »Und nicht irgendeinen. Dieser hier ist wütend.« Mark und Lisa sahen sich an, ihre Gesichter totenbleich. »Was sollen wir tun?« fragte Lisa. »Er will, dass ihr geht«, sagte der Geisterjäger ruhig. »Das hier war sein Haus. »Lange bevor es eures wurde.« »Und er wird nicht aufhören, bis ihr es ihm zurückgebt.« Sie verkauften das Haus noch in der gleichen Woche. Kein Käufer fragte nach nächtlichen Geräuschen. »Und Mark und Lisa, sie sprachen nie wieder über die Dinge, die sie in jenen Nächten erlebt haben.« »Das war die zweite Geschichte«, »einem Poltergeist.« »Ich wohne auch in einem sehr alten Haus, das über 100 Jahre alt ist. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo Geister.« »Glaubst du an Geister?« »Hast du schon Erfahrungen in die Richtung gemacht?« »Also irgendwie gruselige Erfahrungen, paranormale Erfahrungen.« »Ich habe da tatsächlich ein paar Sachen schon erlebt.« »Und falls du Interesse daran hast, dann kann ich das auch sehr gerne erzählen. Jetzt, wo es im November, äh, Oktober, wo wir alle so ein bisschen spooky und vor Freude auf Halloween unterwegs sind. Ich hoffe, die Geschichten haben dir gefallen. Und ich hoffe, das hat dich zwar ein kleines bisschen gegruselt, aber nicht zu toll, sodass du dich noch gut entspannen konntest. Wenn du jetzt noch wach bist, dann wird es jetzt höchste Zeit zu schlafen, meine Liebe. Mein Lieber, gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal.